Wir starten alleine in einer Platin Lobby und schauen mal wie lange wir überleben können in dieser Platin Lobby. Ich bin froh, wenn ich die erste Wette schaffe und ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ich diese Map schon mal gespielt habe. Doch, schaut schon vertraut aus. Ich glaube ganz hinten war der beste Camping Spot. Ich bin mir gar nicht mehr sicher da, aber ja, es kann und wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Ich habe meine Rüstung drauf, ich habe schnell Feuer, ich habe sogar Mods drauf gegeben, aber wahrscheinlich kriege ich mal ziemlich schnell meinen Arsch-Kick. Okay, okay, ich sehe schon, das wird nichts. Wo stecke ich hier? Wo stecke ich hier? Wo? Ja, eine Minute können wir überleben. Haben wir einen Madpack? Wir haben einen Madpack. Wir hauen es uns rein und verziehen uns darauf. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir haben es lange ausgehalten und tschüss. Ich habe noch ein zweites Spiel gestartet auf Silver. Damit das natürlich nicht so ausschaut, das würde ich so stark versagen, was ich tue. Eine Minute. Was für ein Spiel doch. Da freue ich mich, dass ich die N7 Booster verschmissen habe für das. Ich schätze, wir haben unseren Campingplatz schon gefunden. Mach mal die Explosiv-Sachen da weg. Sorry, Team. Wo sind die Mates? Die Gegner. Da kommen sie. Die kann ich mir rauf fahren, die Rüstung. Und dann nochmal rüber spamen. Mit dem High Power, ein paar helle Möge. Ich hab nicht gesehen. Ah, ist alle ober mir? Nee. Können wir uns schon ein bisschen verteilen. Schaffe ich den Sprung einmal? Jawohl. Ich glaube, das war sie. Nein, war es nicht. Wo seid ihr alle? Schaffe ich es aufs Dach rüber? Schaffe ich nicht. Jetpack? Komm, versage nicht. Och, Jetpack. Ich hab so oft gelobt worden von anderen Leuten. Und alles, was ich sehe, ist Versagen des Jetpacks. Oh, was war das für Moves? Das einzige Versagen, was ich jetzt sehe, ist mein eigener Tod. Wow. Wow. Ich stehe alleine in der Ecke an Versage. Ich schaff's nicht mal auf Silber. Wie soll ich den Platin schaffen? Ha. Gut zu wissen. Ich schaff's nicht mal, die Beude raufhupfen. Das ist schon zu schwierig für mich. Beude raufhupfen geht gar nicht. Gehen wir mal mit dem Revenant-Turmgewehr. Da kommt schon ein Unsichtbarer. Das Rock-Domone habe ich oben, falls ihr es bemerkt habt. So, wo geht's ab? Wieder da oben. Schaffe ich es rauf? Ich schaff's rauf. Was ist das? Also seine Spezialdrohne. Ach, kommt schon. Oh, ist der Kleiner. Der zieht sich da hinten. Da hätte ich jetzt keinen Pull oder Throw, dass ich den da runterschmeißen kann. Ja, er ist down, 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 down. Mein Ziel ist auch nicht das wahre, aber es ist ein Mg, wo man so schießen muss fast. Uff, da waren die Throw-Spiels. Der ist geflogen. Immer schön anzuschauen und auf dem Boden geklitscht. Oh, der klitscht da rum. Ja, sehr flüssig läuft's. Den triffe ich nicht. Oh, er trifft nicht. Okay, er hat einfach besseres Ziel. Was soll man sagen? Gott sei Dank kommt er näher, dass ich ihn auch treffen kann. Uff, das wird dauern. Was haben wir für eine Spezialrunde? Ah, Gredder. 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 Wo sind sie? Da unten. Wenn man mädt nach, dann geht man Rückendeckung. Sehr schön. Jetzt bin ich das und down. Hopp. Jetzt hat wieder der Ultraschuss. Oh, ich lecke. Deswegen. Dass ich selbst wieder belebe. Selbst wieder belebe. Oh, ich lebe. Oh, ey. Nochmal Entdeckung lieber. Dass ich nicht wieder sofort verrecke. Und dann mit dem fetten da fighten, der Ahrsturmgewehr macht schon Schaden. Hören die Gegner, sie haben die Geräte fertig gemacht, sehr schön, sehr schön, Team. Granate ausweichen. Das Problem bei der Rüstung ist, dass man extrem langsam ist. Darf ich's rauf? Nein, mein größter Feind im Spiel, das Hupfen. Schaffe ich's rauf? Ja! Juhu! Bravo! Bravo! Jetzt wird's langsam interessant. Ich glaube, jetzt kommt doch schon der erste Boss. Und die Bosse hier bei den Gegnern sind nicht das einfachste. Da fighte ich lieber einen Maker, als diese Alienviecher. Während ich zu spät trinke. Waffe macht so Schaden. Wenn ich nicht in den Boden rein schieße wieder. Nothing win. Wir haben mal diese Runde gemeistert. Ich glaube ich treffe in den Unsichtbaren. Ja. Da haben wir wieder wen. They're going down, 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 down. Hopp, da ist ein fight of fight jetzt. Noch keinen Boss gesehen, komischerweise. Schaut's mit meiner Muni aus. Da ist man sichtbarer. Die hätten ein bisschen mehr Geld in ihre Unsichtbare dicht in die Rookie stecken sollen. Das sieht man ja alles sofort. Der hat diesen Jumpscare gekriegt. Okay. Komm raus. Der letzte. Bra, bra. Da ist der auch gleich. Dann machen wir noch. Hopp, rückzug. Sehr schön. Wir machen den down und dann gehen wir in der Mitte Muni holen. Oh. Ich bin eh so langsam, da muss ich mich eh behalten. Komm. Hupf. Komm. Mach den Punkt. Doch Junge. Hier. Ich habe es noch aufgeschafft. So, jetzt kommt sicher so ein Banshee-Verschnitt. Ja. Ich höre so ein Banshee-Verschnitt. Da ist es ja schon. Wird nicht schön sobald wer uns da gekillt wird. Pass auf, ob da ist sie. Da ist so ein Ding auch. Aber wir, glaube ich, schauen schon ... Oh, die war schnell weg. Hopp, der kickt wieder drüber über die Box. Oh, die Hunde fliegen einfach nur irgendwie komisch herum. Oh, die Waffe macht Schaden. Ich habe nicht mal eine Granate werfen müssen. Die Hunde. Er hat das runter geschafft im Tod. Was, 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 was ist das? Jetzt soll ich mich auf sowas einstellen. Komm schon, du. Wer schießt mich von hinten an? Oh, ey. Mach mal schnell weg am besten. Kommt der andere rauf. Ne. Weil er macht Schaden. Oh, lebt doch. noch was. Oh. Können wir schnell wieder Muni holen. Die altvertraute Runde. Wahrscheinlich drüben auch noch irgendwo besser liegende Muni. Besser liegende Muni. Keine bessere Muni, aber besser liegende Muni. Jägungen. Oh je. Das wird was. Das wird gebirgt. Oh. Ich habe mich gerade konzentriert in das hier. Ich war ein bisschen verwirrt da. Oh. Langsam runterglitschen. Jep. Das hat es ganz rüber geschossen. Keine Sorge Junge. Ich. Hol dich nicht. Wo. Wo bin ich jetzt? Ok. Er ist wieder ganz oben. Jep. Das Spiel glitscht überhaupt nicht. Ist da was vor mir? Da ist was vor mir. Ja. Das war es mit mir auch. Wow. Na gut, dass ich Platin vorher probiert habe. Weil das so einfach ist. Ja. Nimm nichts. Mal Granaten rüber. Hopp. Oh. Oh je. Ich glaube, ich habe keinen Madback mehr. Oh je. Oh je. Ich glaube, ich habe keinen Madback mehr. Ja. Hm. Gut, dass ich Platin davor probiert habe, weil Silber schon so einfach ist. Ok. Ich kann mich noch einmal wieder beleben. Vielleicht schaffe ich es jetzt auch zu den Maden. Oh je. Oh. Oh je. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Ich habe nicht so das Gefühl, dass wir da rauskommen. Das war es mit uns wahrscheinlich. Oh. Geh doch in Deckung. Lauf. Och. Geht schon sachte durch die Map. Oh. Oh. Ich bin so im Marsch. Kann ich Schulterwechsel machen vielleicht? Ja mal weg, wenn wir schon weg sind. Oh nein. frisst es schaden ich glaube wer exekutiert macht mir die kanate bitte schaden noch mal komm voll muni dann lass dich nicht inster killen jump ok er hat es geschafft wollte schon rummeckern ja das wird wieder was dann super die großen da durchkommen jetzt macht das eh ganz sachte wo haben sie mich rausgeschmissen oh flucht 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 ok wo ist die große wo ist die mama also die möchte stellung gehalten da hinten war die munich schon die ganze zeit schaffe ich es rauf er hat die stellung gehalten unglaublich guter junge das wäre unwichtbares ho und du bist da dann hat das nicht möglich dort hingegangen wo sie hin hätte sollen wow ok haben wir mal die pause ne ok irgendwas noch da anscheinend gehen wir schon zurück flüchten vielleicht ein gutes timing weil ich sowieso so langsam bin dass ich da mal ewig brauche ok komm lass mich mal weiter rennen nicht nicht hopfen in deckung gehen in deckung gehen nein oh je zählt das ja das war's danke fürs das war's